Auf dieser Karte war der neue DailyVlog drauf und das restliche Material. Yo, Leute. Was geht? Heute in der DailyVlog. Es ist was Blödes passiert. Wirklich was saublödes. Meine Speicherkarte, die in dieser Kamera ist, hat's gecrashed. Ich wollte einfach nur die Karte rausholen, da die Karte lesen, hab mir nix dabei gedacht und auf einmal BOOM. Die Karte konnte mich nicht mehr gelesen haben. Auf dieser Karte war der neue DailyVlog drauf und das restliche Material. Bei dem neuen Vlog hätte ich ein paar Szenen vom neuen Sketch gezeigt, das was morgen oder jetzt um 16 Uhr erscheinen wird. Madige Scheiße. Kann man nix machen. That's life, that's life. Darum, ich bin auch nicht mehr so krass motiviert, das einfach heute so ein richtig cool Vlog zu machen. Und deswegen, gleich happy Feierabend. Checkt einfach das neue Video von BreakoutTV. Ist jetzt hier oben beim i. Ist euch sowas auch mal passiert? Schreibt es mir unten in den Kommentaren. Dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder. Hoffentlich mit der guten Laune. Haut rein und ciao. Wow. Wow. Wow.